Was geht ab Büros und damit herzlich willkommen zu dem neuen Video. Heute haben wir hier verschiedenste schönste Böller für euch dabei und ich würde sagen wir zünden die jetzt einfach hintereinander alle weg und dann legen wir mal los. So starten tun wir jetzt mit dem Crazy Robot. Dann haben wir hier Ebola von Triplex. Traurig. So dann hier zunächst den Thunder Master 2, El Titanium. Hier so einen kleinen schönen Spanish Cracker im Design. Top Speed. Torpedo. Torpedo. Entschuldigung. PS5. Dann haben wir hier Exploder 5 von Tropic. Funke Pedaler 5 im Blau. Das sind richtig schöne Böller. Dann haben wir hier den Tropic Exploder 4 müsste das sein. Richtig schön. Richtig schön. El Titanium Nitrat 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 3. 3. 3. 3. 4. 3. 3. 3. 3. 4. 3. 3. 4. 4. 4. 4. 4. 5. 4. 5. 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 Titanenblitz, 5, go ahead. Silverflowers. Funken, Schlag 10. Funke. Den, das Bonbon. Privatex Piper. Ein bekannter Böller. Nightwolf. Von Triple X. Megatron. Richtig dickes Ding. Hypertext, 5 Gramm. Streamdrivers. Streamdrivers. Extra Coldplay, 6. Coldplay. Jawoll. Enorm. Coldplay, 45 Spezial. Jawoll. So Pyrus, das war es mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne ein Like da lassen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und ciao. Abonniert den Jungen. den Jungen untertirmen sich, den JungenInnenbilir. ÜberrasetIDE. Sehr gut. Einer Hatfeld. Am Sabbath zu Ihnen Vielen Dank.